Und damit, hey yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Lang ist es her, ich weiß, vier Monate, ich habe kein Video hochgeladen, aber jetzt ist es soweit. Passend zum Fortnite Kapitel 2 Remix Kapitel, habe ich mir gedacht, lade ich mal wieder ein paar Videos hoch. Ich habe auf jeden Fall vor, noch ein paar Videos aufzunehmen, ob sie online kommen, weiß ich nicht. Je nachdem, wie sie geworden sind. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall online und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video jetzt schon gefällt, zeigt es mir doch gerne mit einem Like und einem Abo, würde mich natürlich sehr, sehr freuen und unterstützen. Schaut bei mir gerne auf Twitch vorbei und lasst da auch auf so süß ein Follow da, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr noch bei Twitch Prime angemeldet seid, würde ich mich natürlich auch über Twitch Prime freuen. Es ist nämlich kostenlos, es ist genauso kostenlos. Es ist mein Creator Code X21 Manu YT im Item Shop einzutragen. Damit tut ihr mir einen riesen Gefallen und ihr supportet mich. Riesig. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Let's go. So Leute, die Runde startet. Jetzt machen wir mal die Gamestorms ein bisschen leiser. Die Runde startet. Wir landen auf jeden Fall erstmal fett in der Mitte. Und ja. Freunde, was soll ich sagen? Es ist ungewohnt, wieder ein YouTube-Video aufzunehmen. Und ich habe auch ehrlich gesagt irgendwie den Flow vermisst. So ein bisschen in die Kamera quatschen. Gut, ich bin halt fast täglich live auf Twitch, deswegen schaut da gerne vorbei. X21 Manu heißt ja dort. Und auch süß. Könnt ihr da ein Follow da lassen. Und mir in den Livestreams zugucken. So, starten wir. Das ist keine gute Idee. Oh, Digga, also, oder. So, ich soll jetzt so stehen und da reinrennen. So, ich muss es mir schon encantieren. So, ich bin gespannt über das. nur grüne Text Alter, hab ich ihm gerade eine Respektschelle gegeben, Digga Digga Was war das? Einer hat ein Sniper Oh Da wird's wieder abhauen, ne? Ach Bro, es ist doch so lächerlich, also for real Digga Ah, klar Digga, das Spiel ist auf einmal so programmiert, dass ich nichts mehr treffe Stark, Bruder Stark Nice, nice, ey, wirklich Richtig geiles Game, Fortnite, Digga Ihr seid richtig cool, Digga Wirklich Echt toll Auf geht's rein in die nächste Runde, let's go Bro, er quittet die Runde, Digga Ey Er quittet die Runde, Bruder Er quittet die Runde, Digga Oh mein Gott, Digga Hört der Maul, Digga Also wirklich, fack mich doch nicht ab Digga Wie kann man denn so nerven, Bruder? So, Chat, wir sind in der nächsten Runde Oder Leute Weil ich bin ja gerade live auf Twitch Hier, man sieht den Live-Chat Und ja Deswegen Wir starten Also ich starte jetzt, aber Ich starte mal in Holy Hades Also ich starte mal in die Runde Untertitelung des ZDF, 2020 Zeig dich doch, Digga Mein Gott, er baut runter, Bruder Ah, und jetzt pushen kommen, ne? Das sind nicht die richtigen Das hält mir Spaß, ich muss aufpassen Bro Ja, meine Fresse, fuck mich doch nicht ab, du kleiner Lass mich raten, es ist ein fucking PC-Spieler, Bruder Schieb dir deine Tastatur... Wann willst du, Alter? Meine Fresse, wie soll ich das Video jemals zu Ende bringen, wenn er den Headshotzen hat, Digga Mein Gott, ich hatte so ne gute Runde, Bruder Chat, nächste Runde Und dann kam die Runde, die mich erlistert So, Freunde, nächste Runde hat gestartet Ich lande Lazy Lake jetzt Oder wobei... Ich muss hier mal landen Digga Ich mach jetzt den Arsch auf Safe, Digga Weil mir geht der Arsch auf Grundeis Und so war ich hier sitze Mir geht der Arsch auf Grundeis Nein, Spaß Hä? Es gibt Helikopter Hä? Warum steht hier bei der Agency nicht? Agency Ah, egal Alter, was hier, Digga Bruder, dieser... Oh, Digga, hier bin ich mit Jamie damals so oft gelandet Props gehen raus an Jamie Grüße, wenn du das Video guckst Ich hab gerne den Job Wenn du das Video guckst jetzt brazen Ja, ich hab die Fremde Also, wo du hier was, wenn du das Video guckst Ich hab ά, die Töne Ich hab nie Ich hab nie Ich hab nie Ach, ich hab nie Ich hab nie Okay. 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 Ich springe ab, wo soll ich hin, wo soll ich landen? Wie unnötig dieser Fallschaden ist, Ega, Foray. So, wir gehen jetzt rüber zu Lazy Lake. Und dann, äh, schauen wir mal. Der Anglerspot von Lazy. Boah, geil. Oh, hier weiß ich noch, hier habe ich mit dem Account meinen ersten Sieg geholt. Lama. Lama. Komm zu Papi. Oh. Das ist ja ungefähr die Frage, wie ein Weihland ist. Und jetzt kommen wir mixing mit ein Karten, Footwear. Oh, ich glaube wieso. Und jetzt haben wir rules vor dem Rest. Oh, ich habpiece Leifmann mein bestand. Oh, dass Rohr dabei ist. Oh, ich weiß denn auch, es ist nicht megaі. Ich hab nicht rausgerissen. es sind halt so viele bocksteller wohl so viele spieler online sind text nicht wir fordern wir damit was sagen auch die ganze leg auch damals einer meiner lieblingsstätte gewesen in kapitel 2 so und so wie ich portland kenne jetzt mache ich gleich meinen 8 jetzt machen ich gleich noch mal 4 kills und dann kommt irgendein sweater von der seite und bleibt nicht komplett beiseite ich habe einfach manche sachen vergessen die kapitel 2 season 2 einfach waren zum beispiel die kaserne ja das war's mit dir egal also bruder mein aim ist aber auch furchtbar oder mein aim ist schlimm gegner der hat mir spaß unten ist gar leck meine eier dicker ist das ein upgrade und so ich 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 Ah no, lege immer. Geh mir rein. Ah, Risky Reels, Bruder. Warum war ich da noch nicht? Ich war noch nicht mal Risky. Bro. Ich war noch nicht mal. Ist das nicht das Nussknackerhaus hier? Ja. Digga. Bei Epic Games ist jetzt schon Weihnachtsstimmung. Warte mal. Soll ich offensiv reingehen? Warte mal was ist offensiv? Offensiv ist glaube ich rein und defensiv ist zurückhaltend oder? Keine Ahnung. Ne warte mal. Dann gehe ich außerhalb der Zone. Schmerz. Schmerz. Okay. Okay. Schnell weg. Ist das ein Jump-Head? Ne, warum auch? Der taktische Rückzug. Wer ist das? Warum hat das Ding dann verschissen in den Bossbalken? Ne, ne, das wird zu blöd. Oh. 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 Ist zwar vielleicht jetzt dumm, dass ich ihn wasste, aber ich habe sonst keinen anderen hier ist dafür und das meine ich wieder, das sind jetzt wieder die Sweater hier. Das ist ja, ich habe ihn in der Ruhe. ich ziehe durch dicker bitte jungs ja fuck ich muss halt in seine richtung das ist der letzte egal wir haben zwar die 10 kills durch geschafft aber hoffentlich den win ich sehe ihn ich bin so angespannt ich sehe ihn so angespannt ich sehe ihn so angespannt ich sehe ihn so angespannt Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Und? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Was?